Das ist aber wieder eine amtliche Mahlzeit hier. 500 Gramm Fleisch. Ich esse wieder für drei Personen hier. Das geht gar nicht. Ja, war ein bisschen viel. Und ich kann es ja nicht schlecht werden lassen. Das geht ja nun gar nicht. Schlecht werden lassen. Als er dann damit ankam, der Jäger, und mir das Fleisch gebracht hat, ich sag, drei Kilo kann ich nicht, geht nicht. Wohin? Dann sind sie auch beleidigt. Wenn sie wieder abziehen. Nee, da habe ich die drei Kilo genommen. Und ich weiß ja, ich kann die gut verarbeiten, Gulasch machen oder kalt essen. Kalt schmeckt das auch total lecker. Also bin total begeistert. Problem ist nur, ich habe gestern auch noch fünf Kilo Walfleisch bekommen. Acht Kilo Fleisch für mich alleine. Aber den Wal habe ich schon verarbeitet. Den habe ich gekocht und gebraten gestern und gestern schon ganz viel gegessen. Heute während der Fahrt kalt gegessen. Das ist auch lecker. Dann hatte ich gestern noch Salat. Hier den Salat hier. Und habe da Walfleisch reingebraten. So wie Hähnchenfleisch. Einfach den Wal geschnipselt. Ein Walsalat. Und dann habe ich zwei Kilo Nicht fischig, überhaupt nicht. Ist ja auch kein Fisch. Ein bisschen eigenartiger Geschmack. Strong. Aber genau mein Ding. Und deswegen trockne ich das da. Und das kann man dann lange lagern. Das kann man ein halbes Jahr, glaube ich, wenn es richtig trocken ist. Nachher ist das wie Schinken. Und dann kann man das ein halbes Jahr lagern. Deswegen mache ich das. Das muss ja irgendwie verarbeitet werden. Wahrscheinlich kann man auch Fleisch trocknen. Habe ich aber keine Möglichkeit, glaube ich. Weiß ich nicht wie. Bin ich nicht der Fachmann für ihn, muss ich ehrlich sagen. Ich esse das lieber gleich und frisch. Oh Mann, Mann, Mann. So viel Fleisch. Jeden Tag jetzt. 500 Gramm. Ja, die sehen sehr dunkel aus. Aber das ist halt Bär. Der ist nun mal dunkel. Wild allgemein, wenn man wild grillt. Lecker. Und getroffter Zahn. Ich habe mich rechtzeitig vorbereitet. Jetzt muss ich warten, bis die durch sind. Die anderen beiden kommen ja auch gleich. Als Gewürz habe ich einfach Salz und Pfeffer genommen und so eine Chili-Panade noch. Also ein bisschen Chili dazu. Nach meinen Möglichkeiten hier.